Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem Führerstand der Baurein 612, neu erschienen für Dresden-Chemnitz. Wir grüßen die Kiste mal auf, Fahrtrichtungswände können wir schon mal in Vorwärtsstellung packen. Motoren sind schon gestartet, glaube ich, hoffe ich. Ich meine schon. Bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Start. Start. So, wir stehen mal ganz kurz auf und laufen mal durch den Fahrgastraum. Gehen mal hier zu unserer Schranktüre. Die Batterie ist schon drin. An, SIFA an, PZB an, GNT an. Also unsere Neigetechnik. Den Zug und alles, das werden wir uns alles noch in Ruhe angucken. Keine Sorge. Das kommt noch. So, wir setzen uns hin. Dann machen wir den Netzschalter auf ein. Dann haben wir Leistung. Dann GST ein. Jetzt müssten wir gleich den Neigungstechnik-Test machen. Genau, einmal nach links. Führerstandsbeleuchtung braucht man nicht. Und dann jetzt gleich einmal nach rechts. Spitzensignale. Spitze, die normalen, hell. Lassen wir die normalen. Wahnsinn. Habt ihr gesehen, wie hell das ist? Okay, sobald er den Text beendet hat, machen wir dann die Türen auf. Nämlich jetzt. Türen auf. Also der Fahrplan ist uns heute relativ egal. Darum geht es nicht. Es geht darum, Türknopf, Beleuchtungsnimmer. Es geht darum, dass wir uns hier den Zug und das alles angucken. Das ist das Beste. So, Zuglichter an. Bremsschlüssel und einmal eindrehen. Dann müsste der Zug soweit fertig aufgerüstet sein. Tür zu. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, müssten wir Leistung aufschalten können. Wir sind übrigens unterwegs in Doppeltraktion. Ihr seht es hier. Das sind unsere beiden Fahrmotoren. Das sind die Fahrmotoren unserer Doppeltraktion. Oder beziehungsweise unseres Zuges, der hinten dran ist. Ah, also Framerate hier im Dresdner Hauptbahnhof gucken wir uns mal nicht so lange an. So, Ausfahrt mit 40. Befreien wir uns. Und Leistung weg. Das wird heute nicht großartig eine Fahrt werden, in der es... Oh, Moment, ich muss mir was angucken. Da ist er. Der Intercity mit der 182er. Ah, sehr, sehr cool. Love it. Also, das wird keine Fahrt werden, in der wir uns großartig an den Fahrplan halten oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, dass wir einfach die Strecke erkunden, den Zug mal austesten. Und das alles machen wir hier mal in Ruhe. Ich habe alle DLCs, die nötig sind für irgendwelche Layer. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Der Intercity mit der MRCE 182. Das ist also im Grunde genommen ein Konsortium aus drei DLCs. Hauptstrecke Rhein-Ruhr, die Bauerei 101 und Hamburg-Lübeck. Auch sehr cool, dass hier mal tatsächlich die Abstellbereiche gefüllt sind. Ein paar einzelne Wagen. Oh, und es spawnen sogar Repaints. Zumindest bei der 182. Hier von Hector Rail. Das Repaint. Das ist nice. Kleines Foto. So. Was ist denn da vorne dran? Gar nichts? Ich sehe keine Lok. Ach, du wirst geschoben. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie genial ist das denn bitte? Oh, eine 187. Auch mit Repaint gespawnt. Nice. Gut, Pathograph Zone, warum auch immer. Aber ist ja auch nicht schlimm. Hier haben wir schon einen Ring-Lockschubben. Der ist auch mit Sicherheit funktionsfähig. Der kennt man ja vom TSW, dass die Ring-Lockschubben funktionieren. Kommen wir da irgendwie mit der Kamera rein? Vermutlich nicht. Da denke ich mir, möglicherweise hat man da eine kommende Dampflok schon im Hinterkopf, die eventuell ganz gut hier in diesen Ring-Lockschubben reinpassen würde. So, wir sind hier sehr trantüdig unterwegs. Übrigens mittlerweile ist auch schon die Neigetechnik aktiv. Wir sehen, wir dürfen 80 kmh fahren. Und als nächstes, wann genau steht hier nicht, aber als nächstes dürfen wir dann 90 kmh fahren. Während wir hier an Dresden-Plauen vorbeifahren. Oh, schön gemachter Bahnsteig. Sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt hier ordentlich in die Kurve rein. Oh, wir sind zu schnell. Ja, 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 ja. Sorry. So, aber jetzt müssten wir gleich 90 kmh fahren dürfen. Ja, jetzt. Guckt euch das an. Also, es sind ja einige Premieren hier, die wir jetzt gerade feiern. Das erste Mal auf Dresden-Chemnitz. Oh, da würde ich gerne wohnen. Mein Traumhaus. Was ist das? Na. Ich möchte mir das Haus da angucken. Ah, ich kann nicht nur Invisible Wall. Also nein, das nächste Mal auf das erste Mal auf Dresden-Chemnitz. Das erste Mal in einem Diesel-Triebwagen. Das erste Mal in einem Fahrzeug mit Neigetechnik im TSW. Also, nice Sache. Und die erste Strecke, die die Raypool 185 mit dabei hat. Wir beschleunigen mal auf 110. Eigentlich können wir, solange die Neigetechnik aktiv ist, komplett ohne HUD fahren. Mehr oder weniger. Was ist das? Ja gut, das ist ein bisschen... So, aber es geht halt darum, wir gucken uns heute die Strecke an. Wir gucken mal an, was ist gut, was ist nicht so gut, was ist schön. Das hier ist zum Beispiel sehr, sehr schön. Wir haben noch 26 Kilometer, bis wir halten müssen. Oh, das fühlt sich so ein bisschen an wie fliegen, muss ich sagen. So, und hier dürfen wir dann 130 fahren, oder? Ja. Also, Leistung noch ein bisschen hoch. Wir dürfen sogar 140 fahren. Ja, die Berge sind ganz hübsch gestaltet, muss ich sagen. Looking at you, Arosa. Das sieht aus für ein Industriegleis. Hier noch mehr Industrieanschlüsse. Interessant. Ja, Tatsache. Ah, sehr, sehr schön. Mit ausgestaltetem Interieur, oh, ich liebe es. Gucken wir uns mal in der gesonderten Folge genauer an. Ja. Wie viel willst du denn, dass wir fahren? Ah, verdammt. Come on. Da haben wir gerade eine kleine Zwangsbekommen von der Niger Technik, von der GNT. Guck mal, wie schön. Ach, wie lang der Zug ist. Fantastisch. Es war bewusst mit der Zwangsbremsung, denn jetzt sind wir etwas langsam unterwegs und können die Landschaft umso besser genießen. Da dann die Ankündigung auf 90. Das braucht uns nicht wirklich zu interessieren, weil wir 100 fahren dürfen, in dem Abschnitt, wo dann 90 freigegeben sind. Also gehen wir jetzt mal hoch auf die 100. Wir können uns auch hier die Führerstandsbeleuchtung anschalten, brauchen wir aber nicht. Ankündigung auf 60. Also Geschwindigkeitsveränderung im Bereich von unter, ja, ja, im Bereich von unter 70 kmh. Kmh, meine ich zumindest, müssen bestätigt werden, aber darüber müssen tatsächlich nicht bestätigt werden. Oder von unter 80, 80 oder 70, bin mir da gar nicht ganz sicher. Kleiner Riss in der Welt. Erinnerung auf 70, wie highlighted, drittigkeitsveränderung im Bereich von nur 50 kmh. Der Ber stap repeated von, und wie direkt von einer Zeit zum Nachdenken auf 100 kmh. Kennt41 in der Welt. Spricht Frage und Vorstellungرجueili militärung. Er inevitable iyi, nominal Нет! so wie dürfen 90 waren aber danach wieder nur 60 also damit bei den 60 70 ungefähr also von der steuerung her im tsw identisch wie die forst logie 6 von tsk gut in realität ist die steuerung dann natürlich ein bisschen anders aber für den tsw jetzt gesprochen ist die steuerung wirklich genauso wie bei der forst logie 6 wer mit der klarkommt kommt auch mit diesem zug ziemlich gut zurecht endlich mal neues spielzeug das ist die erste das erste wirklich richtig neue fahrerlebnis seit der baureihe 423 von münchen augsburg weil auf münchen augsburg ansonsten der ic3 mitgeliefert vom fahrfahren her im grunde genommen identisch wie der ic von köln danach kam hamburg lübeck mit der 182 die wir auch schon hatten und der 112 die ja im grunde genommen eine recycelte 143 war und ist und tsw das bestätigen wir und dann was geht ordentlich weg auf und dann hatten wir dresden risa wo ja auch kein fahrzeug neu war die waren zwar alle dann überarbeitet schön neue physik und so die fahrphysik die 143 zum beispiel lässt sich richtig schön steuern die 185 überarbeitet etc aber eben kein komplett neues fahrzeug und das hier ist jetzt das erste wirklich nach einem jahr oder so locker von fast einem jahr dreiviertel jahr das erste richtig neue fahrzeug so Wir können uns auch befreien. Schön wie wir hier entlang des Flusses fahren. Das ist wirklich eine schöne Strecke. Hallo, Kollege. Auch nice, dass wir endlich wieder ein nices Fernlicht haben. Also mit dem in der Nacht zu fahren, macht auch Spaß. Machen wir uns mal das Fernlicht direkt an. Eieieie, guckt euch das mal an. Also auf die erste richtige Nachtfahrt freue ich mich schon total. Na, jetzt macht das Licht wieder normal. Und jetzt macht das Licht wieder mal an. auch schön dass sich das hier tatsächlich das display ihren spiegelt schön gemacht so ja neues spielzeug das macht super viel spaß 15 kilometer luftlinie noch bis freiberg sachsen krass oder wie hier die der verlauf ist es der wahnsinn sieht so ein bisschen aus als hätte jemand schlecht und transport über zwei gebaut gibt mir so ein bisschen rhein-rohr-osten verhalts nur dass das hier gewollt ist und bei rhein-rohr-osten nur dass es hier akkurat ist und bei rhein-rohr-osten was mehr ja sprechen wir nicht darüber so richtig cool ist dass hier dieser elektrische schalter für die sonnenblende und so 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 traut sich gar nicht so schnell zu fahren in diesen kurven so 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 Jetzt geht es bergrunter, jetzt müssen wir relativ schnell auf die 100 kommen, also ein bisschen Leistung zurück. 100 haben wir erreicht, Leistung komplett auf 0 setzen und ein bisschen rollen lassen, solange es in der Ebene ist. So, jetzt geht es auf der Ebene. So, jetzt geht es auf der Ebene. So, jetzt geht es auf der Ebene. Kleiner Bahnübergang hier, ungesichert. Warum hier keine Pfeiftafel war, ist mir ein Rätsel. Und wir dürfen 140 fahren, machen wir das auch mal. So, jetzt geht es auf der Ebene. So, jetzt geht es auf der Ebene. Und haben jetzt gleich die 140 erreicht. ich jetzt schnell runter 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 keine zwangsbremsung ja geht auch so ankündigung auf 100 wir gehen ordentlich in die bremse und ab hier gelten die 100 das tolle ist natürlich wenn man die dynamische bremse nutzt sobald man die auslöst ist die bremsleistung natürlich auch sofort hinweg anders als bei der luftdruck bremse wo ja erstmal einmal alle bremsen am zug noch gelöst werden müssen bremse haben direkt die bremsleistung weg heißt also wir unterschreiten nicht wirklich stark die zielgeschwindigkeit sobald für sie erreicht haben und dann die bremse lösen so ok und dann haben wir ungefähr noch fünf kilometer ja gut ich hatte jetzt vielleicht nicht überschreiten muss man nicht bestätigen wir dürfen gleich 80 waren also dann müssen wir ganz leicht und haben die 80 erreicht fast ab hier gelten die dann wahnsinn was sind das denn für hohe türme fast fast sehr schön so die 80 haben wir noch nicht ganz erreicht also noch ein bisschen leistung drauf und ab hier dürfen wir dann 100 genau sehen wir da rechts an dem display ES Profil 100 so 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 und ab hier dann 110 muss man denken dann 1,5 km Freiburg dann zu halten und nicht ja ja sorry vielleicht sollten wir jetzt mal langsam die bremsung einleiten und wenn ich sage langsam dann meine ich damit eher schnell als langsam so 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 okay dann sind wir hier in Freiburg Turn off. Hier noch ein Dosto, dahinter noch Rungenwagen, wo kommen die denn her? Werden die mitgeliefert? Hm, weiß ich nicht. So, gucken wir einmal kurz mal auf die Karte drauf. Sind hier ungefähr bei der Hälfte, daher würde ich sagen machen wir an dieser Stelle mal tatsächlich einen kleinen Cut und beim nächsten Mal gucken wir uns an die zweite Hälfte an, nämlich die von Freiberg bis nach Chemnitz. Genau, von daher danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht das gut, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020